Der Basiswert ist das wichtigste Ausstattungsmerkmal eines Zertifikats und macht das Produkt erst zu dem, was es ist. Denn der Wert eines Zertifikats wird wesentlich durch den Wert des Basiswerts bestimmt. Der Deutsche Derivateverband stellt unter anderem Informationen zu Basiswerten selbst, aber auch zu Zertifikaten mit diesem Basiswert zur Verfügung. Der Basiswert des Monats Juli ist IBM und dies hier sind die wichtigsten Daten und Fakten zum Stichtag 1. Juli 2014. Die IBM Corporation mit Sitz in Armonk im US-Bundesstaat New York wurde 1911 gegründet und ist eines der weltweit ersten und mittlerweile führenden IT-Unternehmen. Rund 430.000 Mitarbeiter, davon gut 21.000 in Deutschland, erwirtschafteten 2013 einen Konzernumsatz in Höhe von 99,75 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn belief sich auf 16,48 Milliarden US-Dollar. IBM hat insgesamt rund 2,2 Milliarden Aktien ausgegeben. Hiervon hält das Unternehmen 52 Prozent selbst. 39 Prozent befinden sich im Streubesitz und je drei Prozent entfallen auf Warren Buffett, BlackRock und State Street Global Advisors. Die Aktie von IBM ist im Dow Jones gelistet und hatte ihr Allzeithoch am 14. März 2013 bei 215,38 US-Dollar. Auf den tiefsten Stand fiel sie am 14. Juni 1962 mit 4,08 US-Dollar. Und den größten Tagesgewinn konnte das Papier am 22. April 1999 mit einem Plus von 16,66 Prozent erzielen, während der größte Verlust mit einem Minus von 23,52 Prozent am 19. Oktober 1987 eintrat. Derzeit können Privatanleger aus mehr als 1.700 strukturierten Produkten die für sie passende Anlage auswählen. Hierfür stehen je nach Risikoneigung, Renditewunsch und auch Markterwartung rund 320 Anlageprodukte und 1.380 Hebelprodukte zur Verfügung. Die Aktie von IBM ist damit ein beliebter US-amerikanischer Basiswert bei den Zertifikateanlegern. Bei diesen Informationen handelt es sich weder um eine Empfehlung noch um eine Meinung des DDV, welcher Basiswert sich besonders gut entwickeln könnte. Es geht lediglich um ganz allgemeine Informationen zu einem bestimmten Basiswert, der in Deutschland unter den Käufern von Zertifikaten beliebt ist. Zertifikate